Wenn wir Mautzy behalten wollen, dann muss das hier noch trainiert werden. Oh, was haben wir hier? Ein Sinnesekt. Wild erscheint. Jetzt können wir hier tatsächlich ein bisschen trainieren im hohen Gras. Das finde ich gut, dass wir uns hier mal endlich bewegen können. Zwar nicht hier wieder in Dialogen feststecken. Sinnesekt, äh, ja, fürs Training. Mal ein bisschen Schlitzer trainieren. Schlitzer! Jau, das war ja sehr effektiv. Ein paar Erfahrungsmitte, ein paar Levels. Der Smautzy. Auch wenn wir es wahrscheinlich relativ bald wieder aus dem Team rausnehmen werden, können wir es trotzdem mal trainieren. Schaden tut es nicht. Ja. Mein Team trotzdem mal trainieren. Level 6. So. Ein Eichhörnchen. 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 Mautzy. Katze. Katze gegen Eichhörnchen. So. Ja, und, ähm, ähm, Frage, ob wir uns das Eichhörnchen empfangen. Mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so heiß drauf. Das braune Eichhörnchen. Eichhörnchen. Das wird noch eine Phrase von mir. Das wird noch eine Phrase von mir. Alter, Mann. Das finde ich sehr ganz cool. Also, finde sie ganz süß. Das ist sogar, das ist eines meiner Lieblingstiere. Wenn nicht sogar das. Wenn nicht sogar das Lieblingstier. Also, Eichhörnchen ist, also, finde ich nicht schlecht. Hier noch ein bisschen das Eichhörnchen. Mautzy. Flucht. Level 2 muss jetzt nicht unbedingt sein. Ein Wudi. Das können wir uns noch fangen, oder? Ein männliches oder ein weibliches. Ich muss jetzt noch Geschlecht sortieren. Ach, ein männliches. Hm. Ein weibliches fände ich ganz cool. Ein weibliches würde ich jetzt fangen. Training. Zahltag. Dann komm. Trainieren wir dich ein bisschen, Mautzy. Training für Mautzy hier im Ruhengas. Heuler. Na gut, vielleicht sollte man es sonst doch nicht fangen. Das Wudi. Wenn es Heuler kann. Na gut, also, mein Startup-Mann kann auch Heuler. Mautzy kann auch Heuler. Ja gut, Level 3. Das wird man jetzt nicht danach gut verteilen. Geht's ja wohl. Und ein Wudi brauche ich nicht weiblich. Unbedingt. So, Zahltag. Besieg's. Ja, ich suche jetzt wirklich nach den richtigen Geschlechtern nur. Das ist vielleicht ein bisschen diskriminierend gegenüber dem männlichen Wudi. Aber gut, es wird das wohl verkraften. Es wird gerade besiegt. Also, es hat andere Probleme. Es hat andere Probleme. Es hat mich für das Team aufgenommen zu werden. Schlitzer. Na komm. Hau rein. Training. Gras. Ist immer gut. So, Neuerfahrungspunkte. Neuerfahrungspunkte. Klein neues Level. End-Binest-Euland-Pokémon. Mikro. Na komm. Mikro. Mikro-weiblich. Juhu. Willkommen in mein Team. Zahltag. Mach's bitte nicht komplett alle. Mach's nicht so schon auf den ersten Schlag. Kaputt. Okay, vielleicht hält's noch einmal aus. Sieht gut aus. Ich würde es noch einmal in Zahltag aushalten, wenn es nicht in Volltreffern wird. Na komm. Jo, sehr gut. Im roten Bereich. Alles im roten Bereich. Das ist Überblick. Oh, das könnte mal ein starkes Pokémon werden. Ja, vielleicht tun wir es im Aussie wieder raus aus dem Team. Das habe ich ja nur in das Geheimgeschehen. Bekommen. Das können wir in der nächsten Pokémon Center gleich. In der ersten Pokémon Center gleich wegtun. Ja. Vielleicht brauchen wir es irgendwann wieder. Ich weiß nicht, ob man es trainieren sollte oder so. Vielleicht fange ich mir erstmal ein Pokémon Team zusammen aus. Andere, ein Pokémon, die man im hohen Gras findet. Ja. Ich bin kein Freund dieses Geheimgeschehens. Juhu. Mikro wurde gefangen. Mit Spitznamen findest du sowieso am besten. Booktext Eintrag. Möchtest du Mikro einen Spitznamen geben? Jo. So. Blackie wurde in der Team aufgenommen. Hier macht es wirklich Sinn. Nicht wie Netsko E-Voli. Wenn ich starte, ob ich ein Blackie hieß. Ja. Hier macht es auch Sinn. Vom Typen her. Vom Pokémon Typen. Ein Paar Heiler. Ja. Sehr gut. Ein Wodi. Wo die Wild erscheint. Ein männliches A-Fand. Flucht. Mein Team. Das sieht gerade so aus. Ja. Modi männlich. Blackie leiblich. Mautzy auch leiblich. Ja. Das werde ich dementsprechend zusammenstellen. Wie es passt. Vielleicht mache ich sogar. Ich mache eine gute Quote draus. Dass ich eine gute Frauenquote im Team habe. Das ist auch was wert. Ein männliches Wodi. Gibt es hier nur männliche Wolis oder was? Mautzy braucht kein Training mehr. Das lege ich gleich in die Box. Das ist bestimmt lustig beim nächsten Dynamaxing. Aber ja. Oh. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Hier sollten manche einmal rum. Ein Pokémon fangen. Das war der Plan. Eine Raffel. Und wo das Raffel. Nö. Eigentlich gar kein. So groß Interesse an Raffel. Naja. Ich weiß nicht. Raffel oder nicht Raffel. Das ist hier die Frage. Ja. Eher nicht so. Na gut. Gehen wir weiter. In die Stadt. In der City. Waspory. Da wären wir. Die Chimp ist hier. Jo. Und ich stürme in die Häuser rein. Haus Friedensbruch. Raff. Das große Gebäude. Gleich nebenan ist das Pokémon Labor. Da suchst du Professor Magnolica. Wie findest du in ihrem Haus. Ganz am Ende der von Route 2. Ach was. Wurde uns schon hier was gespoilert. Nicht in ihrem Labor. Ja da haben wir das Labor. Da seh ich auch schon den Champ. So. Hier am Bahnhof können wir nichts machen. Doch tatsächlich können wir es. Ticket kaufen. Als Züge verspäten sich aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten. Typisch Deutsche Bahn. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Oh. Ich kann was kaufen. Meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Ich bin auch schwächeln. Trankgegengift. Heiler Eis. Heiler Aufweck. Heiler Beleber. Ich kann schon Beleber kaufen. Aber ich hab nicht wirklich das Geld. Doch ich hab das Geld. Ich kann Beleber kaufen. Jetzt schon. Ja gut. Dann nehm ich mir mal 5. Trank. Vielleicht mal 10 von. Wir haben auch noch 10 Beleber. Das ist. Das ist seltsam. Das war hier schon Beleber. Das war hier schon Beleber. Also Tränke ja. Aber Beleber. Die gab es bisher erst relativ spät. In Pokémon. Alle Züge verspäten sich aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten. Tja. Kennt man. Hallöchen. Und du so. Wie geht's Ihnen heute? Ich warte hier auf meinen Zug. Der fällt wahrscheinlich aus. Ja. Man kennt's. Von den Bahnen. In Europa. In Deutschland. Vor allem. Wir sind zwar hier in England. Aber gut. Einfach fantastisch. Wie diese Landschaft stetig verändert. Wenn man aus dem Zugfenster sieht. Ausgesetzt der Zug kommt mal. Stärkere Skluren kann ich noch nie gesehen. Die Cheap ist hier. Ah hier kann ich ins Pokémon Center. Das ist gut. Kann ich nicht. Du verstehst den Weg. Oje. Mein Wolli liebt das Pokémon Center in Früh über alles. Mensch Wolli. Du bist doch topfit. Komm. Wir gehen nach Hause. Oh. Ist wenig nach Hause. Wow. Ein Geburtstags-Horoskop für diesen Monat trifft wirklich total in Schwarze. Möchtest du vielleicht hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Jetzt nicht wirklich. Aber ja. Jetzt fürs Letzte. Vielleicht können wir es uns mal angucken. Horoskop. Na ja. Dann verrate mir doch mal, in welchem Monat du gebostet hast. Das ist. Das wird jetzt ja ziemlich persönlich. Das ist. Ja gut. Ich verrate es dir. Das ist der September. Unter welchem Tag. Das wird jetzt so. Das ist jetzt hier eine Befragung. Hier auf öffentlicher Straße. Das ist jetzt hier ein bisschen. Das ist wirklich jetzt hier ein bisschen persönlich. Zwischen dem Ersten und dem Achten. Dann nehmen wir mal. 2020. Dann wird es glaube ich der Sechste sein. Ich glaube der Sechste. Das ist dran. Sechste. Aha. Okay. Den Geburtstag ist also der Sechste, Neunter. Ja. Passt. Ich will es jetzt nicht für das Spiel festlegen. Aber muss ich wahrscheinlich jetzt. Aber gut. Wenn du am 6. Neunten geboren wurdest. Dann wirst du. Ähm. Also. Hä? Was steht da? Oh Mann. Da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Wo waren wir? Ach ja. Den Geburtstag verspricht dir ein riesengroßes Megaglück. Es kann sogar sein, dass du deinem legendäres Pokémon begegnest. Hahaha. War nur Spaß. Ja. So sieht es aus. Tschüss dann. Man sieht sich. Ich hätte wohl den Morgenstab angehen sollen. Ich muss jetzt bis September warten, bis ich das legendäre Pokémon treffe oder was. Habe ich jetzt was verschenkt oder was? Äh. Hoffentlich nicht. Nicht jetzt erst im September. Ich weiß nicht, ob das Display so lange gehen wird. Ich hoffe es nicht. Hallo. Wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Ja, warum nicht? Ich nehme drei. Sinne Beeren. Sinne Beeren sind nützlich. Anderen kannst du behalten. Ich habe gehört, dass Degon einen jüngeren Besucher hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer und genau wie unser Champ. Ja, zum Labor gehen wir als letztes. Wollis. Wenn man mit seinen Pokémon gemeinsam ist, schmeckt alles doppelt so gut. Das Pokémon Center konnte man noch nicht. Ich gehe so gerne in die Portique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Oh. Hier können wir einkaufen. Outfits. Na wundervoll. Das brauche ich doch. Wusstest du, dass jeder nahe andere Sachen verkauft? Also hier ein Pokémon Y schon. Also, die Artikelauswahl ist hier schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Och, dann passt es ja ganz zu mir. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in irgendeine kleine Kabine anziehen. Okay, wo kann ich denn was kaufen? Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmten? Bequemes Shirt. Bequemes Shirt in Rot. Gelb und Grün. Blau, Orange. Marine Blau. Violett. Pink, Grau, Beige. Weiß. Oh, Streifenshirt. Weiß. Und Schwarz. Ist das mal jetzt Zebra oder was? Grün. Quer, links Streifen machen. Querstreifen machen, dick. Violett. In allen Farben als. Ach, das ist das, was dann da drüber liegt. Ach, das ist das, was da drüber liegt. Aha, verstehe. Dann eher Grau oder Schwarz. Das passt zu meinem. Ich ziehe am besten. Skinny Hose. Skinny Jeans. Aha. Ein paar Socken. Können wir Sandalen auch anziehen. Passt. Nicht zu England, aber zu Deutschland wird es passen. Halbschuhe. Na komm, gib mir Sandalen. Noch keine Sandalen. Ach, schade. Reiskasche. Okay, Mütze. Ballonmütze. Naja. Einen Hut würde ich gerne nehmen. Trickmütze. Verschneine Modemarken. Ich würde so einen schönen, eleganten Hut nehmen. Eine Brille. Wir brauchen eine Brille. Einen dicke Rahmen. Boah, damit es dünnen Rahmen. Ach, hier ist nur eine. Wir brauchen vielleicht eine Brille, das ist als allererstes dran. Haben wir schwarz. Okay, ja. Verbessert mein Outfit. So. Handschuhe. Ja, ist denn schon Winter oder was? Ich bin dann weiß wie Mario. Das urbane T-Shirt noch mit dazu, wenn wir das mal nehmen. Ja, wir haben noch genug Geld. Das finde ich gar nicht schlecht. Das würde ich nehmen. Sieht nicht schlecht aus. So, was haben wir hier noch? Ach so, das zieht man dann drüber. Das ist rot mit. Ne, dann nehme ich nur das urbane T-Shirt. Das kann man nur drüber ziehen. Das ist gleich mal ein Style shoppen. Ja, die Skinnyhose. Gefällt mir die doch besser, die wir gerade anhaben. Schuhe. 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 Schuhe braun. Ach, jetzt haben wir gerade die an. Ja. Weiß und rot. Weiß und rot. Halbschuh schwarz. So viel Geld haben wir da nicht mehr. Wir haben hier. Wir haben hier einen Hucksack. Ne Cap. Ne Cap. Na ne Cap. Marienblau. Eine schwarze. Gibt es da was? Blonde Mütze. Blonde Mütze. Strickjacke schwarz. Äh, Strickmütze schwarz. Ja, schon viel eher. Oh, da haben wir uns ein ganzes Geld ausgegeben. Gleich anziehen. Jupp. Den Kauf beenden. Ich will da mal mein Oberhand Shirt anziehen. Ähm. Schürt. T-Shirt. T-Shirt. Okay, beenden. Jupp. So können wir es machen. Können wir auch die Mütze ausziehen. Ich versuche es mal. Ich finde es so gut, dass wir jetzt hier ablegen. Jo. Jetzt müssen wir hier mit Mütze rumrennen. Jo. So sieht es doch gut aus. Die Brunnen kann noch werden, aber ja. Ist jetzt erstmal ein richtiger. Ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, einen Rucksack könnten wir noch besorgen. Was haben wir denn so für Rucksack Sachen? Kann ich den drehen irgendwie? Ja, hier. Reisetasche. Schwarz und Weiß. Ich habe kein Geld mehr. Ach je. Dann muss die Brunnen wohl erstmal bleiben. Ja. Müssen wir erstmal Geld sammeln und kämpfen. Das sieht doch schon viel näher nach mir aus. So. Müssen wir noch ein bisschen fressen, das war dicker werden. Ja. Ja. Aber ich sah mit 10, 11 Jahren auch so. Und ich war mit 10, 11 Jahren auch dünn. Passt. Du hast hergefunden. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Du hast hergefunden. Dann kann ich mich nicht mehr zurechtfinden. Danke fürs herumnoten, Partner. Aber gut. Aber genug Quatsch. Lass uns reingehen. Ja gut. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht reingehen. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnodica sammengesammelt hat. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Oh Gott! Wohlt wohl wohl! Delicious. Deleon! Was fühlst dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Das muss doch der Professor sein Die Professoren Sorry Hallo Woldi Na mein kleiner Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst Dieses Pokémon heißt Woldi Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich meine fürchterliche Orientierungssinn habe Woldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen Achso, das hat der gesagt Habe ich nicht gesehen Ich habe das als Professor angesprochen Wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte Und diese junge Dame Dort ist sein Trainer Niemals kocht Niemand kocht schneller als sie Jetzt fang jetzt hier nie mit Sexismus an Ja gut, das ist ja Nicht sexistisch gesagt Sorry, da bin ich ein bisschen zu weit gegangen Ist ja, dass sie gut kocht Das ist ja jetzt nichts Das kann ja Das gibt auch Man hat gut kochen Hallo Stellst du mich vor Glaubst du Unsere gemeinsame Zeit Als Erinner-Challenger Ist ein Freifahrtschein Für blöde Witze Ach, es war tatsächlich Ein blöder, blöder Witz Da muss ich dir mindestens Genauso oft aus der Patsche helfen Wie Woldi Woldi Voldemort Deines Namen nicht richtig ausgesprochen werden kann Freut mich jedenfalls Dich kennen zu lernen Ich bin Sanja Die Assistentin Der Professorin Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst Aber weiter im Text Das ist Zwergfurst Ein frischgebackener Pokémon-Trainer Würdest du ihm ein paar Tipps auf den Weg geben Ich werde woanders gebraucht Der Begleithund Ist Clown Sonst noch irgendwelche Wünsche Der Herr Der Typ Denkt immer nur an sich selbst Kein Wunder Dass er ständig verläuft Wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt Oh Du hast ja Ein Smart Rotom Hey Rotom Brrrst So ein Smart Rotom Ist schon was tolles Besonders die Karten Und Navi-Funktion So sollte sich Eigentlich niemand mehr verirren können Außer Delia natürlich Aber jetzt sag mal Wie gut Kennst du dich Eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Profi Hab schon einige Letzungen gespielt Na sieh mal einen an Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun Als den Pokédex auf deinen Smart Rotom zu installieren Du hast ein Pokédex Danke dass wir hier die Instruktionen überspringen können Oder? Können wir es? Ist jetzt natürlich die Frage Ob wir das können Und ob wir hier wieder alles vorgelesen bekommen Ach ja Der Pokédex ist übrigens ein Geschenk Von Professor Magnolica Meiner Großmutter Achso Sanja ist gar nicht die Die Pokédex ist nur eine Gehilfen Äh die Tochter sozusagen Ah verstehe Hab sie schon als Professorin eingeordnet Könntest du bei ihr vorbeischauen Und dir sagen Dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus Am Ende von Route 2 eraufhalten Lahl Regen kann ich auch nicht mehr Ja Gute 2 Wurde uns irgendwo schon mal gesagt Dass da jemand ist Ach Der will die Mord Die Pflanzen werden offensichtlich mit viel Saugfahrt gepflegt Sie gedeihen prächtig Aha Okay Wir schauen uns hier mal um Die Tafel ist von oben bis unten mit Notizen vollgekritzelt Okay Hier an den Professorplatz setzen Können wir nicht Die Treppe hoch Sehr nice Gigantische große alles Überlebensstrategie Normalerweise werden Pokémon durch die Entwicklung stärker und auch größer Sich selbst so groß wie möglich erscheinen zu lassen Stellt eine natürliche Überlebensstrategie standen da Okay Weiter können wir nicht Schade Achso Was ist das Dynamax Phänomen? Dynamax besteht Beschreibt das Phänomen bei dem Pokémon gigantische Ausmaße annehmen Es wird nur in Ghana und bestimmten Orten unter spezifischer Bedingungen beobachtet Okay In jedem Gar nur ein Buch was wir rausnehmen können Und die Wandlung von Pokémon Pokémon ändern ihre Gestalt nicht nur durch den Levelausstieg Sondern Zumweilen auch durch den Einfluss bestimmter Items oder Orte Man nimmt an, dass ein spezieller Faktor in ihnen Minderern für den Wandel der Gestalt und Persönlichkeit verantwortlich sei Doch bisher wurde kein schlüssiger Beweis für diese Hypothese gefunden Okay Ein bisschen Pokémon Wissenschaft Tja Jut Ein bisschen den Woldi streicheln Sehr gut Hallo junger Pokémon Trainer Tut mir leid, dass ich dich aufhalte Du warst doch gerade im Pokémon Dabau, oder? Dann hast du bestimmt auch deinen Pokédex bekommen Ich kann einfach nicht anders als neue Trainer anzusprechen Und ihnen etwas unter die Arme zugreifen Hier, für dich Du hältst deinen Trank Herzlichen Dank Das ist dein Trank Ach was Was du denn nicht sagst Setze ihn ein, wenn eines deiner Pokémon Kraftpunkte oder Kappi Verloren hat Oder kurz Kappi Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen Wissen es macht Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst Und liest genau, was auf den Schildern steht Bin ich fleißig dabei Ich höre nicht auf damit So, auf zur Route 2, würde ich sagen Oder? Das aber vielleicht erst im nächsten Part Also Ich habe jetzt nicht die Ich habe den Timer heute nicht angestellt Aber So vom Gefühl aus Von Gefühl her, würde ich sagen Vom Zeitgefühl her Ist die Partlinge schon erreicht Ich würde mal sagen Der mich nach oben ist das echt gefallen haben Wir sind schon weit gekommen Wir haben jetzt hier einiges erlebt Im Wald Und hier beim Pokémon Professor Und wir haben uns umgestylt Können wir uns eine Trainerkarte anschauen lassen Pokédex können wir uns anschauen Speichern Nein, hier werden wir nicht angezeigt Speichern ist gut So, dann geht es im nächsten Part Wahrscheinlich Richtung Pokémon Center Und Richtung Route 2 Ja, Däumchen, warum es euch hier gefallen haben Sollt euch Part 2 von Pokémon Schwert Im Display gefallen haben Lasst ein Abo da Neuseits Und ja Man sieht sich im nächsten Part wieder Habt einen angenehmen, fürstlichen Tag Man sieht sich Haut rein und Ciao, ciao Auf Wiedersehen